Halloween in Japan ist einzigartig. Deswegen zeige ich euch heute die Kostüme, die du hier so kaufen kannst. Schauen wir uns mal ein paar Kostüme an. Hier gibt es echt alles mögliche, was dein Herz begehrt. Eine schöne Affenmaske, irgendwelche Hörner, irgendwelche Flügel. Aber was das Ganze so besonders macht, sind solche Sachen hier. Einfach Pokémon Onesies. Du kannst dir so ein Pikachu oder Anton Pyjama holen für 5000 Yen. Das sind so umgerechnet 30 Euro. Dann gibt es natürlich auch noch den ganzen perversen Stuff. Bunny Girls, Mates, Handschellen, Glocks. Ihr wisst schon, lutscht meine Glock. Und das hier ist der geilste Stuff. Einfach Goku, Vegeta und Freezer Kostüme und Ruffy Kostüme und Mario und Luigi Kostüme. Und das hier ist auch zu wild. Einfach so ein geiler Chainsaw Man Pulli. Und ich war bis jetzt nur im Erdgeschoss. Ihr dürft ja nicht vergessen, die Gebäude in Japan sind immer mehrstückig. Es sind noch 8 Tage bis Halloween. Ich werde alles für euch vloggen. Wenn ihr dabei sein wollt, folgt mir gerne. Denn...